hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ok reach 2 ich wollte gerade fahrcray sagen was für eine aussicht ja wir haben hier gerade in der letzten folge die gegner hier in der kuppel noch mal platt gemacht ich glaube wir müssen jetzt einfach nur noch runter und da vorne hin und dann müssen auch noch mal gegner sein und dann machen wir fahrstuhlmusik so und auf dem weg dorthin ich habe gedacht da kommt ein gegner auf dem weg dorthin müssten wir uns nun holen wir könnten hier durch wir könnten aber auch unten durch weil ich glaube da war noch muni oder so moment weil wir haben nur 35 schuss und dann wir alle wissen das ist nicht viel was so ach guck mal da werden schon geht okay herr ist es aufzug rufen ist so ein aufzug von unten da hoch okay hier gab es aber noch muni oder akum hier weil es keine muni aber war schon mal nützlich ich komme ganz kurz hier werde vorhin viele kisten das war pistolen muni okay verstehe wir brauchen die anderen großen kisten ach guck mal wir haben was gefunden ein teil ach hier guck mal hier hier sind noch mal sachen und hier ist doch sowas aber ich brauche muni ich meine auf die tatsache hin dass die ganze muni verschießt hier wird sicherlich noch muni sein oder hier vorne am eingang hier aber nix hier auch nix ach da guck mal hier hier ist sturmgewehr muni ah ok 124 das ist schon mal besser als gar nix dann würde ich sagen da vorne ist auch noch mal muni ah das habe ich übersehen moment irgendwo habe ich einen gehört das ist wahrscheinlich da drin so gehen wir hier mal durch das ist doch da wo ich am anfang war ja das ist genau da wo ich am anfang war und hier müsste ja noch die kiste sein die kiste mit dem aufzukommen da drauf verstehe 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 okay gut dann würde ich sagen fahren wir erstmal bis in die ebene ups bis in die ebene fahrstück musik so und dann gehen wir hier nochmal rüber und dann da vorne hin ist aber ein bisschen mehr muni so hier kann man drauf gehen bekommen wir schaden wenn wir von der höhe springen oh ja tatsächlich oh diesen diesen blöre effekt den haben die gut gemacht hier nochmal eine kiste kümmer um diesen mehrere immer hier in deckung von innen leuchten wie ein scheiß laternen was er leuchtet so den haben wir den haben wir auch sehr schön oh da ist einer kann ich da nochmal hochgehen wir werfen hier mit kanaten die schweinchen kommen die einzelnen ja sehr schön alter alter ja wie ist er richtig blind ach die werfen das hinter der mauer hoch da vorne kommt noch ah nein kommt keiner alter was im massaker gut dann gehe ich mal hier durch wir müssen hier sein ja komm her yes und ja müssen dahin ja 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 Und da vorne ist noch einer. Oh, da hinten. Oh, es läuft ja weg. Was ist denn ein Schweinchen? Komm her, zeig dich. Ja, kann ich. Du bist nur. War gar nicht so schlimm. Der Außenposten ist jetzt sauber. Hab die Arschlöcher ins Jenseits befördert. Genau dafür sind Ranger da. Du machst Mama Prowley stolz. Hm. Machst Mama Prowley proud. Ja, war gar nicht mal so... ...so schlimm, wie ich dachte. Ging eigentlich ziemlich gut, wenn man das peu à peu abarbeitet. Hm. So, gibt's hier noch hier... ...irgendwas zu Looten? Kann ich da drüber laufen? Ja. Was ist das? Die Arche? Uh. Autoteile bis 5. Mit Autoteilen kannst du deine Fahrzeuge verbessern. Nice. Was haben... Yeah. Das haben wir nochmal gelesen. Enthalten wertvolle Beute. Cool. So, was gibt's hier noch? Hier gibt's nix, nix, nix. Nein, nein, nein. Hä? Wo? Ist das ein Geheingang oder was? Warte mal, ich speichere mal. Ja, überschreiten. Zup. So. Kann man da rein? Als wenn ich's mir gedacht hätte. Aber warum kann man die kaputt schießen? Damit ich hier reinfalle? Wahrscheinlich damit hier reinfallen. Aber ich bin reingefallen. Haha. So. Ähm. Ja, cool. Das heißt, ich muss da nur noch looten. Ich kann da nicht rüberspringen. Schade. Nur noch looten. Äh. Die Sachen am Anfang. Ach, guck mal. Hier kann man hoch. So, da haben wir nix mehr. Da labert noch hier irgendjemand. Ach, das ist der Händler. Okay, das ist der Händler. Haben wir hier noch irgendeine Munition gehabt? Gute Frage, gell? Da oben war ich ja. Nee. Da haben wir nix mehr gehabt. Ich sag erst mal nein. Mal gucken. Ja, da oben waren wir. Da waren wir drüben. Da waren wir auch. Ja, da würde ich sagen. Äh, gehen wir hier mal rüber. Alles geht gut. Okay, von der Höhe kann man springen. Und ohne, dass was passiert. Dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Alter, ist es hier hoch. Aber krass, gell? Mit der Rampe und so. Hm. So. Ähm, wie sieht es hier eigentlich aus? Was ist das für ein Fahrzeug? Rola. Was haben wir? Alter, was? Okay, ich mach mal hier die Markierung auf der Karte. Ähm, das haben wir jetzt gemacht. Doomseer Peak. Nice, da haben wir gut Geld bekommen. Ähm, wir haben hier noch eine Arche. Ja, da würde ich sagen, auf dem Weg zur Arche können wir noch weitere Sachen entdecken. Da fahre ich erstmal mit dem. Alter, der Bums. Der hat ja voll den Schuh. Uh. Also der fährt aber auch gut. Der ist sehr wendig. Äh, voilà. Alter, was ist das? Hä, was war das? Was hat er da abgelegt? Was ist das denn? Oh, hier sind jede Menge Kisten. Oh. Schießt der? Oh, der schießt. Ähm, ich hab keine Genaten. Was? Alter, der ist voll stark. Okay, Lektion Nummer 1. Näher sich den Turm nicht. Beziehungsweise nicht so nah, wie ich stand. Oh. Nein. Zum Glück hab ich gespeichert. So, Moment. Hier waren auch nochmal Kisten. Okay, also ich mussten auf jeden Fall killen. Und von weiter weg, glaube ich. Weil die Projektide, ist man ja gesehen, die bau hier eine Zeit, bis sie fliegen. Bis sie ankommen. So, wo ist der? Der muss ja hier sein, oder? Guck mal, da vorne ist er. Ja, hier. Kann ich von hier? Also hier sind ja auch jede Menge Häuser. Sind da Sachen drin? Das sind Kisten und so. Wohl. Also hier sollte er mich eigentlich nicht erwischen. Kommt da jemand? Ich glaube, er schießt. Ich glaube, er schießt. Alter, was ist das für eine riesige Siedlung? Äh, guck mal, was da vorne fliegt. Das ist so ein Ballon, oder so. Wo ist denn da? Muss ich mal ein bisschen auf den achten. Da ist der? Okay. Hä, was ist das? Warte mal, ich will das mit dem Ballon. Boah, da vorne sind aber noch welche. Alter, was sind das für Kreaturen? Ich würde ganz gerne einen Ballon holen. Ich könnte die Platz machen. Komm hier. Okay, aber da müssen wir noch mehr sein. Einer, zu dem ist. Ja. Alter. Das war ein Mutanten-Gunz, oder? Ich glaube schon. Ach, guck mal, da vorne läuft einer. So, wo ist dieser Ballon? Da ist dieser Ballon. Schießt man den ab? Kann man den abschießen? Oh, den kann man wirklich Abschießen. Was ist das? Unbefugten Eindringen entdeckt. Oh. Oh. MB-TV-Marke. Ach, cool. Äh. Alter. Alter, was? Alter, die kommen hier einfach auf einer Straße. Oh, jetzt muss ich aber gucken, dass die mich nicht holen, und auch der Turm nicht holt. Die werden mir aber nicht angezeigt. Ich höre die, aber. Ich höre die, aber. Wo sind die? Vorne sind noch Rampen? Ja, ich kämpfe. Gleich. VG-Burger. Okay. Hier bekommst du ja voll die Paranoias. Da vorne ist einer. Noch einer. Okay, habe ich. Nice. Okay. Dann gehe ich mal wieder zurück zu dem Turm. Und ich glaube, bei dem Turm bekommen wir wahrscheinlich auch cooles Zeug. Kann ich hier dran schießen? Also, mich abschießen? Oh, geile Stellung. Und keine Muni. Er schießt, glaube ich, oder? Ja. Oh, da war ich aber viel Muni. Oh, nein. Okay. Also, ich muss unbedingt auf das Blaue schießen. Und da bekommt er irgendwie Schaden. Was? Was ist denn Übergang? Alter. Boah, der ist ja jetzt noch heftiger. Aber da kommt noch so eine Welle. Komm her. Hä? Wo geht der weg? Zeig dich. Alter. Oh, ne. Ist fast kaputt. Oh. Alter. Ja, gut. Den haben wir fast. Da fehlt nicht mal viel. Da fehlt echt nicht mal viel. Ja, komm her. Komm. Der ist fast kaputt. Boah, komm, noch ein Schuss. Komm. Alter, zwei Schüsse. Eins. Zwei. Yes. Der Wachtturm ist außer Betrieb. Ja, wir haben ihn. Gibt's hier jetzt was zum Lügen? Oblikumswachstum. 344 bekommen. Arktekkern. Oh. Oh. Ein Arktekkern haben wir bekommen. Aber ich glaube, gibt's hier nicht auf dem Dächern auch noch Loot? Moment. Kannst du mal hochgehen? Da gibt's auch jede Menge Loot. Und was? Das war's. Da gibt's. Oh. Da du warst. Okay. Entde maidens. Okay. Da. Da. Bis zum nächsten Mal.